Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lara Croft in the Guardian of Light. Wieder mal zu zweit, wie vorher ja auch. Wir sind in der Spinnengruft angelangt. Hey. Nehmen Sie die Abkriegsung durch die Spinnengruft. Genau wenn ich sag, das passt doch perfekt. Das Spiel kennt mich einfach. Ja. Und äh, genau. Wie sind die Treppen runterlaufen? Okay. Also davon brauchen wir momentan noch gar nichts. Dann gehen wir mal durch die Spinnengruft. Wah! Wah! Okay, das ab. Ich weiß jetzt auch, warum das Teil Spinnengruft heißt. Ach so, scheiße. Oh, Riesenspinnen. Ich hab grad irgendwie gedacht, dass ich du wäre. Aus der Hölle geht hier ab. Und greift uns irgendwie nicht an, kann das sein? Ach, komisch. Hä, Mist. Da wollte das... Jetzt weiß ich, warum das Teil Spinnengruft heißt. Ja, alter! Da müssen wir das drüber springen. Hä, ne. Doch, da drüben ist ein Ring. Ja. Ich schieß rüber. Und dann muss ich schnell rüber, bevor das... Ahh! Schreien! 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 Jawoll! kritik und jetzt muss kannst mit wallchamp glaube ich rüber nee da ist kein regn der wand okay das geht ja wohl gutes team alter wir wieder diese spinnen hochkommen es war ein bisschen überraschend ich hatte es war ein paar viele vor allem ich weiß schon gar nicht mehr wie wie geht noch mal das zeug damit das rollen keine ahnung sorry x bei mir ist es x aber ich spiele auf dem gamepad ich weiß nicht was es bei dir ist ach rechte maustaste da unten irgendwas kugelt dadurch die gegend da unten sieht sehr witzig auch mit kann ich mich dann einfach runterschwingen müsste gehen eigentlich ich probiere es eigentlich sollte das funktionieren wo er ist so wo was ist das denn die abgefahren ist das denn bitte da musst du dann genau oh gott gott ich bin nur nach oben gesprungen oh gott was geht da unten jetzt ab die brücke fährt sich aus haben wir müssen die brücke ausfahren finden sie einen weg zum kopf alle gegengewichte runterziehen okay geht es jetzt wieder hoch wenn wir da runter gehen ist die schnelligkeit herausforderung schaffen wir eh wieder nicht insofern es ist wurscht und spenden 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 das ist das gute wenn wenn diese großen spinnen kommen nehme ich meine wie heißen sie magnum oder so ja die revolver ja diese ein revolver weil die hauen so viel mehr damage raus gut gemacht hallo ich eh nicht wenn wir als grab ja das gab ein ein rollen aber bitte ja das ist ja langweilig wo was das sind flammenwerfer wau waffe entdeckt flammenwerfer bau 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 ich wusste den mal aus joh Inventar äh ja gut ich habe lustigerweise habe ich 2 und 4 noch nie benutzt was alter hat er zieht er rein der Flammenwerfer ist ja mal mega Hardcore der Verbrauch genauso viel Munition wie meine Magnum aber ist einfach viel 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 besser oh yeah Flammenwerfer ich wollte es unbedingt ausprobieren egal ob das Munition kostet oder nicht ich will es auch ausprobieren oh shit was ist das für ein crazy Teil ja okay das war trotzdem irgendwie einfach oh äh wir müssen den da eigentlich irgendwie haben wir das da weg ah ich glaube ich habe weiß was ich weiß was nein falsche Taste ah oh shit oh shit Ruie huiuiuiuiuiuiiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui CEO Davenrava WU Fuschen. Ich hab nicht mehr so viel Muni. Cool, jetzt nehmen wir den hier mit. Geh mal hier hoch. Hä, mit Alt war das doch. Doch, ja stimmt schon, kann schon immer so. Aua. Entschuldigung. Äh, nein. Ja, ich roll den jetzt aber erstmal rein, oder? Ja, super. Hop, roll rein. Jawohl. Gut. Oh, da ist ein Spinnen. Ja, ja, mach ich. Ja, die Große, ich helfe dir mal bei der Großen. Blub, 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 blub. Achtung, pass auf. Hab ich schon. Hab ich schon. Doch, doch, weiß ich. Unions-Upgrade. Halt. Jawohl. Gut gemacht, hey, wir sind gar nicht mal schlecht. Gerade. Nein. Und wir sind auch nicht mal langsam gerade. Überraschenderweise nicht, nein. Also, wir sind jetzt nicht sonderlich schnell, wir schaffen garantiert die Geschwindigkeits-Verausforderung nicht, aber... Nee. Warte mal, warte mal, ich will schauen, was da hinten ist. Drüben ist was. Uh, fuck. Ähm, du könntest es schaffen, wenn du von oben hüpfst. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Es war ein Versuch wert. Äh, ich weiß leider nicht, wie das geht. Oh, fuck, jetzt hab ich da so wenig Leben, das mag ich gar nicht. Das ist mega cool, so 3D gemacht. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin echt begeistert. Das ist richtig, richtig geil, dieses Spiel. Oh, hallo. Hallo. Wer bist du ja? Kaboom. Oha. Ich war genau da gestanden. Und ich, ich muss sagen, also das... Gehen wir erstmal da runter. Das neue Tomb Raider hab ich total gefeiert. Aber das hier ist mehr so klassisches Lara Croft mit, ähm... Oh. Mit Rätseln und Abenteuer. Boah. Oh shit. Oh, gut gemacht. Leider ist die eine Kugel genau auf mich drauf. Huiii. Äh, ach, schau, siehste, da hätte ich nicht hochspringen sollen. Ja, das können wir ja nicht. Wir nehmen die jetzt einfach mal mit, oder? Ja. Falls da unten Spinnen kommen, überrollen wir die halt einfach. Ähm, ich roll... Schau mal, wie interessant das aussieht. Ciao. Einfach überrollen. Ähm, ich lege gerade. Das tut gerade bei mir nichts. Okay, jetzt geht's wieder. Das ist interessant, wie schwer das sie ihn runterrollen. Pass auf. Ich hol den anderen nämlich noch. Ey, geh nicht zu weit weg. Ich will noch die andere Kugel holen. Ja, Entschuldigung. Kannst du lass ihn runterrollen? Hihihi. Ich glaub, wir hätten nur eine Kugel gebraucht. Ja. Nimm mir die anderen mit. Die Kugel rollt grad runter. Bei dem Teil. Oh, das bleibt trotzdem wunden. Wot? Ups. Äh. Interessant. Da muss man, glaub ich, sich zu... Ja. Boah. Okay, da... Oh, da drüben ist... Da drin ist ja was. Ja, genau. Jawohl. Ähm, mit Kind braucht grad keiner. Okay, jetzt kommen wir ziemlich... Oh. Hi. Ähm. Gott. Okay. Nein, ich wollte auf dieses andere Teil da... rauf. So wollte ich das machen. Jawohl. Ich komm als... Was? Ich war doch da drauf. Ach, komm schon. Ah, wir müssen beide gleichzeitig auf diese Teile drauf. Ähm. Ähm, aber... Irgendwie das Rote geht noch nicht auf. Ne, aber... Vielleicht müssen wir da unten erst was machen. Ohohoho. Medi-Kids. Der Umfall. Ne, da geht's weiter. Das Rote müsste eigentlich... Oh, schau mal da hinten. Ist der. Dann schauen wir erst mal. Ach, das ist ja eine Gruft, ne? Eben. Hm. Sollen wir die Kugeln mit runterholen? Ich weiß nicht genau, was es bringt. Holen wir mal die Kugeln. Aber was bringt uns das? Die können wir auf die Teile drauflegen. Das stimmt zwar, aber... So richtig viel bringt uns das nicht. Weil die rote Tür ja dann immer noch nicht aufgeht. Genau irgendwie. Hä? Was? Ich hab' ich das... Oh, sorry. Das ist, glaub ich, grad über mich drübergerollt, ja. Na, die Rache kommt! Alter, hör auf! Der will's schon wieder machen. Ey, seht ihr das? Der will die ganze Zeit... Ich überhole die Kugel. Okay. Wui! Volleyball! Und wieder zurückhüpfen. Blub. 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 Das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, wie wir dieses Teil aufkriegen. Das geht nicht. Das ist auch ein bisschen... Wir... Wir hängen jetzt hier... Irgendwohlen Mechanismus oder so. Nicht ewig rum. Ja, nein. Finde auch zu blöd. Äh. Äh. Ich hing fest. Okay. Oh, das war grad... Geleckt. Oh, krass. Nicht geleckt, sondern geleckt. Huui! Wow! Ui! Das war viel! Den einen kannst du nehmen! So, mal gucken, ist da hinten noch was? Da unten wird es sogar irgendwo... Ich weiß nicht, was der richtige Weg ist Ja, wir müssen uns für irgendeinen entscheiden Insofern ist es ziemlich egal Aber da drüben, da kommen wir noch nicht rüber, weil dieses Teil zu hoch ist Wahrscheinlich müssen wir das erst ein bisschen einfahren Und da unten ist der letzte rote Schädel Was? Wo? Da oben auf der Säule da oben Achso, ja Alter, kommst du wahrscheinlich nicht hoch Ne, du musst wieder mit dem Sperren machen Von weiter weg zielen Schau mal, ich weite dein Sichtfeld aus So, müsste ja schon langern Hallo? Hallo? Warte, 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 ich mach noch einen Ne, die kreise ich da noch nicht fest Ich kann es, glaube ich, nur auf den rechten drauf springen Ja Die kreisen Are you fucking kidding me? Versuch's nochmal Yay, 10 rote Schädel Ja, wir haben eine Steinäule Ach, vorhin hatten wir doch mal die Toneule, oder? Kann das sein? Mh, die Steinäule ist wahrscheinlich das gleiche, bloß mit Stärken Ah, da unten ist die Brücke Ja Aha Kapiert Gut, und jetzt Ah Och Gott Hau einfach mal die drei Sperre, die du hast, rein Oh Gott Ey, ganz ehrlich Wenn der jetzt nicht What? Äh, okay Gut Wenn der jetzt nicht Lara Croft stehen würde, sondern, äh, hier Simon McTavish Simon alias McTavish Dann hätte der gerade scheiße Schiss gehabt Aber wie du, sag ich dir Höhenangst und einfach mal so die Gefahr runterzustellen, weil du ja auf einen kleinen Speer drauf springen musst Wir springen einfach mal gleichzeitig auch gut Ja, das geht schon Oh Gott, ich hab so eine Befürchtung Das du gerade runtergeguckst Ah Siehst du das da drüben? Ähm Das hab, ne, zieh ich jetzt nicht Da oben war so ein Stachel-Teil Spring du Oh Gott, das darf ich schnell Oh Oh Oh, hi Das ist bestimmt die Spinnenkönigin Wie geht's denn so? Halleluja Okay, das ging gut Ja, durch den Flammenwerfer machen wir ja auch mega viel Damage Ganz ehrlich Ey, what? 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 Fickt euch Ja gut, wenn das jetzt schon das Level war, ne Dann ist das super in die Folge gegangen Aber ich hab so eine Befürchtung Wir müssen, warte mal, warte mal, warte mal Wir müssen aufpassen Am Ende der Brücke steht so ein Stachel So eine Stachelrolle Und ich glaub, die fällt dann runter gleich Ach, wer hätt's gedacht? Wer hätt's gedacht? Los, kannst du da hochlaufen? Lauf, 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 lauf Nein Nein Okay, jetzt haben wir es vergangen Renn, renn, renn Ja, ich komm da nicht mehr hoch Ach so, verdammt Nein, du musst hoch Und dann muss ich mich an dir festhaken und hochhüpfen Okay, das wusste ich Nicht Ich dachte ich Hm Oh, das ist schlimm Okay Jetzt hab ich mir nämlich gedacht, dass dieses Ding kommt Ja, ja War ziemlich klar Das ist einfach nicht fair Ja, ich find ich aber auch, das ist einfach nicht fair Ich glaub übrigens, das wird ja der nächste Titel von dem Video Das ist einfach nicht fair Okay, komm hoch Ah Ups Okay, sponset jetzt hier oben Weiß ich nicht Ich seh mich nicht Ähm Du bist zu weit weg Ich bin da schon wieder runtergefallen Ich spore da hinten Okay, du hast Ey, du hast überlebt Bam Okay, also normalerweise im richtigen Spiel wäre das jetzt einfach mal Wäre ich jetzt tot Okay Die Punkteherausforderung wäre einfach gar nicht bestanden Ja, wursch Fahre sie die Brücke maximal vier Minuten aus Toll, haben wir auch nicht zwölf Sprünge über die Dreifachfalle Sechzehn Minuten Was war die Dreifachfalle? Ich weiß es nicht Schlagen sie ein Ass Ich weiß nicht mehr, was schlagen sie ein Ass bedeutet Ist doch egal Ah, die Dreifachfalle dürften diese drei, ähm, Stachelbälle gewesen sein Ah Zwölf Sprünge über die Ah, da hättest du drüber schlagen Okay Egal Wir beenden die Aufnahme hier Und sehen uns dann im nächsten Level wieder Ja Ich hoffe, es hat euch gefallen Lasst uns was da Daumen nach oben Kritik Kommentare Wir freuen Ich freue mich über alles Und, äh Bis zum nächsten Mal Bis dann Servus Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal